Überwachungskameras an Wänden, Hauseingängen und selbst am Gartenzaun. Der Thüringer scheint gern zu wissen, was um ihn herum passiert. Doch sobald der öffentliche Verkehrsraum oder etwa der Hinterhof eines Mietshauses beobachtet wird, verstößt das gegen Datenschutzbestimmungen. Immer mehr solche Fälle beschäftigen die Thüringer Datenschützer. Was viele Thüringerinnen und Thüringer nicht wissen, ist, dass sie nach der derzeit geltenden Rechtslage eine Videokamera anzumelden. Wir haben bei unserer Behörde. Das findet nicht so in dem Umfang statt, wie ich mir das wünschen würde. Zudem auch diese Nichtanmeldung einen Bußgeldtatbestand erfüllt. Zweimal ließen Datenschützer im vergangenen Jahr sogar Videoserver beschlagnahmen. Und das ist nur ein Aufgabenfeld. Auch bei Kommunen, Behörden und Unternehmen achten sie auf die Sicherheit der Daten. Im Vergleich zu 2011 haben sich die Anfragen an die Behörde verdreifacht. Und ab Mai werden die Datenschützer noch mehr Arbeit bekommen. Dann tritt die Datenschutzgrundverordnung in Kraft und sorgt für ein einheitliches Recht in der gesamten EU. Die Datenschützer erhalten zudem mehr Kompetenzen und können höhere Strafen verhängen. Bisher war die Höchstsumme 300.000 Euro. Demnächst werden es 20 Millionen sein. Lutz Hasse brennt darauf, die Datenschutzverordnung anzuwenden. Um die Mehrarbeit zu schaffen, wird die Behörde jetzt auf 26 Mitarbeiter aufgestockt.